Bewegte Bilder in hoher Auflösung und farbenprächtige Videos mit Stereosound, digitale Bilderrahmen erfreuen sich größter Beliebtheit und sind ein originelles Weihnachtsgeschenk. Rapide schreitet die Technik voran, wir zeigen Ihnen hier auf Stern.de die top aktuellen Modelle, die derzeit am Markt zu haben sind. Ein digitaler Fotorahmen eignet sich ebenfalls hervorragend für den Einsatz in der Firma, ein großer digitaler Bilderrahmen verschönt jedes Restaurant. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Fambro digitaler Bilderrahmen. Der digitale Bilderrahmen von Fambro ist ein Gerät mit einem 7 Zoll großen Bildschirm. Dieser liefert eine Auflösung von 1280 x 800 Pixel. Das gilt nicht nur für Fotos, sondern auch für Videos in den Formaten MKV, MOV, AVI oder MP4. Entsprechende Dateien lassen sich mittels einer SD-Speicherkarte mit einer maximalen Kapazität von 32 GB anzeigen. Die Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Aber nicht nur Videos und Fotos lassen sich mit dem Bilderrahmen anzeigen, sondern auch Musik abspielen. Dabei unterstützt das Gerät sowohl MP3-Dateien als auch das verlustfreie Format-Flag. Ein Kalender, eine Uhr sowie eine Alarmfunktion runden den Funktionsumfang ab. Eine Fernbedienung gehört zum Lieferumfang. Der Bilderrahmen lässt sich mittels Ständer auf den Tisch stellen und sogar an die Wand montieren. Das zweite Produkt ist Denver Framio digitaler Bilderrahmen. Der Denver Framio Bilderrahmen bietet dank der Auflösung von 1280 x 800 Pixel auf einem 10,1 Zoll großen IPS-Display eine farbkräftige Darbteilung von Fotos und bewegt Bilder. Er hat einen extra breiten Rahmen, sodass das Gerät wie ein echter Schmuckrahmen wirkt. Die Abmessungen sind 26,7 x 2 x 19,5 cm. Er ist in der Farbe weiß erhältlich. Dank eines Touchscreens lässt er sich fast wie ein Tablet bedienen, was den Umgang mit dem Bilderrahmen stark vereinfacht. Der Denver Framio spielt Aufnahmen in HD und Musik ab und bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten für die Diashow. Besitzer eines Smartphones oder Tablets mit Android bzw. iOS-Oberfläche profitieren von einem weiteren Vorteil. Denn der Denver Framio Bilderrahmen hat WLAN. Mit der passenden Framio App, die kostenlos über den jeweiligen App Store zu beziehen ist, lassen sich Aufnahmen ganz ohne Kabel auf den Rahmen kopieren und anzeigen lassen. Den digitalen Bilderrahmen Denver Framio gibt es nicht nur in weiß, sondern auch in schwarz. Zudem gibt es eine Variante zu bestellen, die bereits mit einer 32 GB großen Speicherkarte ausgerüstet ist. Intern hat das Gerät bereits einen Speicher von 8 GB. Wer mehr möchte, kann mit einer Micro SD-Karte nachrüsten. Mit der integrierten Timer-Funktion können die Bilder alle 10 oder alle 30 Sekunden rotieren. Abwechslung ist somit garantiert. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.